Grüezi miteinander. Ich bin Niki Laubi und bin schon seit vier Jahren aktiv dabei. Ich war aber früher jedes Jahr eine ganz treue Zuschauerin, bis ich mich vor vier Jahren endlich gedroht habe, mal auch direkt auf die Bühne zu gehen. In diesem Jahr bzw. im März spiele ich Elise Müller. In unserem Stück sagt doch einfach Ja. Elise ist alleinstehend und sucht einen Mann. Und zwar ziemlich dringend. Also sie ist wild entschlossen, sehr wild. Und ich kann das in gewisser Sicht nachvollziehen, da ich ja auch Single bin. Aber so wie sie das macht, also auf so eine direkte und also alles was zwei Beine hat und die Mann ist, wird angemacht. Also das würde ich dann schon nie machen, gell Sie, Herr Kameramann? Nein, also so würde ich dann das so offensichtlich sagen. Sie, wo kommt das überhaupt überall? Wo wird das ausgestrahlt? Aha, ah, ah, nur dort. Aber gell Sie, Sie schauen dann schon, dass man meine Nummer einblendet, ja? Gut, somit ist schon mal zu dieser Person von dieser Rolle alles gesagt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr im März schauen könnt, was sonst noch alles läuft. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020